Willkommen zu meinem Review-Video über den WAC Live Handstaubsauger. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es ein absolutes Must-Have ist. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Der WAC Live Handstaubsauger ist ein kabelloser, tragbarer Staubsauger, der Ihnen das Leben erleichtert. Mit seiner super starken Batterie, die in nur 2,5 bis 3 Stunden voll aufgeladen ist, können Sie bis zu 25 bis 30 Minuten lang reinigen. Keine Sorge, der WAC Live Handstaubsauger hat einen Spannungsschutz und eine volle Memory-Funktion, um den Ladeprozess zu optimieren. Was diesen Handstaubsauger wirklich auszeichnet, ist sein kabelloses und handliches Design. Sie können ihn problemlos überall hin mitnehmen und schwer zugängliche Ecken wie Treppen, Küchen und Autos reinigen. Der WAC Live Handstaubsauger bietet Ihnen die Freiheit, sich mühelos zu bewegen und gründlich zu reinigen. Mit seinem leistungsstarken Motor und der langen Akkulaufzeit können Sie mit dem WAC Live Handstaubsauger eine Tiefenreinigung durchführen. Staub, Schmutz und Haustierhaare werden effektiv aus Küchen, Wohnzimmern und Büros entfernt. Und das Beste daran, der WAC Live Handstaubsauger ist mit LED-Leuchten ausgestattet, um Ihnen auch bei Nacht und in dunklen Ecken zu helfen. Um Ihre Reinigungsanforderungen noch besser zu erfüllen, wird der WAC Live Handstaubsauger mit zwei verschiedenen Zubehörteilen geliefert. Die Bürste nimmt Staub, Schmutz und Haare auf, um eine noch bessere Reinigung zu ermöglichen. Die transparenten Aufsätze können gezielt für Sofas, Spalten und andere schwer erreichbare Ecken verwendet werden. Aber lassen Sie mich nicht nur von den großartigen Funktionen dieses Handstaubsaugers erzählen. Lassen Sie uns einige Bewertungen von zufriedenen Nutzern hören. Ein Nutzer namens Brunello-17 sagt, sehr saugstark, hält lange durch, insgesamt gut trotz äußerst primitiver fummeliger Fugendüse. Und Jasamen sagt, tolle Saugleistung mit praktischer LED. Aber es gibt noch mehr positive Bewertungen. Corinna sagt, ich habe das Gerät für meine betagte Mutter gekauft und es ist sehr leicht, tut genau was es soll und ist einfach praktisch für zwischendurch. Und Amazon Customer berichtet, der Handstaubsauger ist sehr klein und handlich und äußerst leistungsfähig. Das Service ist wirklich perfekt. Vielen Dank dafür. Natürlich gibt es auch ein paar kritische Stimmen. Sonja sagt, wir sind für den Preis begeistert, mal sehen wie lange er bei uns hält. Und Thomas A. Hommerich merkt an, die Saugleistung und das Akkuvermögen sind ordentlich, aber ist ein bisschen laut. Insgesamt hat der WAC Live Handstaubsauger eine durchschnittliche Bewertung von 4,2 von 5 Sternen basierend auf 410 Sterne Bewertungen. Das spricht für sich. Zusammenfassend kann ich sagen, dass der WAC Live Handstaubsauger ein absolutes Must-Have ist. Mit seiner starken Saugleistung, der langen Akkulaufzeit und dem praktischen Zubehör ist er der ideale Begleiter für ihre Reinigungsarbeiten. Und mit seinem erschwinglichen Preis ist er ein echtes Schnäppchen. Also, worauf warten Sie noch? Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um den WAC Live Handstaubsauger auf Amazon zu kaufen und profitieren Sie von seinen Stärken und Schwächen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.